Zwei Sachen musste ich nachzünden. Mr. Feuerwerker HD, noch 33 Tage bis Silvester 2017, 2018. Jetzt mache ich aus dem Mittelteil hier einen Verbund. Die zwei Sachen machen den Anfang. Hier haben wir einmal die Knatterblitze von Mognico und hier eine Knatterlein. Das macht der Abschluss von Komet. Magische Höllenfeuer. Und den Mittelteil hier seht ihr jetzt im Zeitraffer. Das macht's kein Geaken. Die Versteuerung. Zwei Sachen. Zwei Sachen. Zwei Sachen. Zwei Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wohl, er hat uns nicht mehr. Einmal 30 Tage. 33 Tage. 33 Tage. Zwei Sachen musste ich nachzünden. So, hier ist der Verbund. Wie gesagt, zwei Junior Schiko musste ich nachzünden von Veko. Aber der Rest hat richtig geil funktioniert. Und hier, hammergeil. So zum Abschluss, magische Höllenfeuer vom Komet. Aufschlag. 33 Tage noch. Sind ja wie Bengalos. Ja, hab ich auch gedacht. Kannte ich jetzt auch nicht, den Effekt. Aber wir mussten kurz ein bisschen nachlaufen, weil der Wind ja in die andere Richtung gegangen ist. Ist mal richtig geil. Ja, schöne, satte Farben. Ja. Jetzt noch mit richtig schönem Gold. So, das war's. Bis 22 Tage. Ciao Pyros. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.